Bahnsteig 3 B bis E Intercity 14894 nach Salzburg Hauptbahnhof über Bischofshofen fährt an. Die erste Klasse befindet sich in Sektor B. Attention please. Intercity 4189 for the Salzburg Hauptbahnhof via Bischofshofen is arriving at Platform 3 E to E. The first Klasse is located in Sektor B. 第二 Klasse schnitzelt sich in Sektor B. Einppener778 e. Ansi Beat und Jawab So